Der Präservativ ist dem Genital sein Tod. Genau. So, war das nicht der Präservativ? Äh, Präservativ. Genau, das war der Präservativ. Ja, da oben bräuchte ich doch einen Kriech. Gehört sich also... Die Schlüssel sind aber unterschiedliche Kadenz, also das ist äh... überhaupt, mir ist ein Spieler. Dieses Magazin hatten wir. Warte mal, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh, unten an der Tankstelle, hast du recht. Warte. Scheiße, das sind die Büsche vor, der ist hinter dem Tankstellen-Wartgebäude im Prinzip. Oh, falsches Hass gedrückt, Moment. Okay, ich seh ihn liegen. Ach, der schießt auf den Zombie, der da drin ist. Okay, warte. Getroffen. Der im Wartehäuschen? Im Wartehäuschen ist ein... Ach, der schießt auf den Händler, der da drin ist. Hab ich ihn troffen, er ist down. Ist, glaub ich, ne... Ist das ne KI? Der ist bewusstlos, glaub ich, Dicker. Der liegt hinter dem, äh, hinter dem Häuschen. Ich hab nur ne Saga noch, Alter. Ich ziele doch auf ihn, er ist bewusstlos. Er ist vorm Häuschen, meinst du? Richtung Tankstelle rein? Richtung, Richtung Tankstelle, direkt hinter... Wenn du ins Tankstellen-Fenster reinguckst, also vorm Tankstellen-Gebäude stehst, vorm Haupteingang, links davon. Okay, er ist wieder bewusstlos. Nochmal getroffen, ist wieder down. Jetzt müsste er tot sein, ich glaube, das ist ne... Aber die KI schießt doch nicht auf. Ist ein Weiberskin. Hat ein Backpack-Koyote auf, genau der. Ich sehe keinen. Hinter dir, dre ich mal um. Liegt doch da direkt. Guck mal, dreht dich mal um. Da. Oh, die hatte grad keine Muni, die Knarre. Und die hat auch nur noch einen Schuss. Muss KI sein. Äh, ja, anscheinend. Äh, Moment. Ach, Dicker, vielleicht hat die auch auf dich geschossen. Ne, ich war ja ins Oben auf dem Berg. Na, ich weiß es nicht. Warte mal. Ich nehme mir erstmal einen Rucksack. So, erstmal schon mal einen Coyote. Ja, so. Ja, jetzt wenigstens mal erziehen, das passt auch. Oh, der Trauben-Nemolar dabei. Oh, ich brauche Tränk, ich brauche mehr Tränk. Ne. Ne. Dann muss ich's mir holen von dir, warte mal. Ne, bleib natürlich. So, mich ist da oben, pass auf. Na klar, ja. Äh, wo liegt denn die restliche KI? Irgendwie ein paar sind, glaube ich, schon verschwunden jetzt. Ja, müssten auch, ne. Ich glaube, hier am Berghang war noch was. Aber die werden alle weg sein, denke ich mal. Na ja, hat zu lange gedauert. Schade. Vor allem, ich bin hier gerade losgelaufen mit einer Draganov, ja. Wenn das ein Spieler gewesen wäre, äh, ich habe gar nicht drauf geguckt, ob da ein Magazin drin ist oder nicht. Haha. Willst du mal gucken, ob deine Leiche hier noch liegt? Ja. Ich habe jetzt irgendwie eine M1SE1 Short dort. Okay. Im DMR Magazin, 20 Schuss habe ich. Sehr gut. So, meine Leiche muss noch ganz hier drüben am Wasser irgendwo unten liegen haben. Da müsste jetzt ja theoretisch so ein Kreuz stehen. War doch am letzten Mal so, ne? Mhm. Ne, Knochen liegen da, ne? Wenn dann. Ach so, im Knochen war das, wa? Die fallen ja aber wieder nicht so auf am Gras. Äh. Bin mir nicht ganz sicher, ne. Ich glaube, so weit vorher war ich noch nicht. Ja, doch. Also, ich war hier irgendwo. Auf zehn Meter im Kreis. Ich sehe gerade auch was. Ja, ich habe mich gefunden. Na siehste. Der hat meinen Rucksack geklaut, ja. Schwein. Und meine Waffen. Alle Waffen? Ja. Ich habe noch Fernglas, Funkgerät. Eine G17 hat er mir da gelassen. Äh. Äh, ne mit Wörter mitnehmen kannst. I. Äh. Hier liegt es zwar noch im Jilly, aber ich denke mal, der wird meinen Jilly genommen haben. Achso. Also, das meine ich mit Lachen. Der Name war Bronco Berg, anscheinend starb er in einer Großkaliber-Hinjuswunde. Den Spieler haben wir also... Habt ihr gerade schossen? Nee. Den Spieler haben wir also nicht gekriegt, ja? Naja, ich weiß es nicht. Können wir maximal mal in die Richtung laufen und gucken, wohin die Rand ist. Ob er killt wurde, aber ich glaub's nicht. Ich hab da keine Schüsse gehört. Kannst du mir mal ihr Tränk geben? Äh, ja, aber ich... in den Rucksack, oder? Können? Jupp. Danke. Wüsste sowieso noch, ich muss aber zwei Essen im Rucksack haben, wenn wir... Barfum und Pistazien, halt. Ähh, Mann. Ach, war ein bisschen laut vielleicht, halt. Wo ist er denn abgehauen? Hier lang? Mhm. In die Richtung ist er gerannt. Warte, hier gerade runter, oder bin ich ja gekommen? Da ist nur Wasser. Ja gut, aber in die Richtung ist er gerannt. Ja gut, da war's auch schon eine Weile her, oder? Ja. Party General Supply Mission, ja, ne? Die muss ja auch bald zu Ende sein, dann kommt vielleicht noch was anderes. Aber ich denke mal dann nicht mehr hier in der Nähe, weil... Ja. Oder wollen wir mal rechts da in das Dörfchen irgendwie Rennung gucken, wegen Essen und Trinken? Da wo auch diese Holztower da, die Holztower sind. Jupp. Nein, das ärgert mich, Alter. Da kommt der, der muss ja neben mir gesessen haben. Ja. Und das Problem war... Ah, schade, ey, deine Leiche lag so offen. Ich dachte, die lag da in diesen... Wenn du rechts jetzt vor uns guckst, am Wasser da, die sind ja Büschen da, weißt du? Ich dachte, da liegt die. Nee, ich bin da ganz straight runter, ich hab auch gar nicht mehr dran... Also ich dachte, wenn die KI mich sieht, dann... Die schießt beim ersten Mal E daneben. Mhm. Dann hab ich die ja entdeckt, also ich hab aber ja kein Copy gemacht, ob da jetzt jemand noch ist. Ich meine, der Server ist jetzt auch nicht so voll, dann. Er würde aber ein bisschen ziehen halt immer an, ne? Jaja, aber dass da einer schon rumliegt... Na gut, ob er rumliegen hat, wisst du ja nicht. Der kann auch genauso aus unserer Rechnung gekommen sein. Na gut, ja. Na jetzt. Die schöne... Reitigdämpfte Waffe. Naja. Warum denkt DMR-Magazine? Ich hab ja eins, aber dann hab ich keine Dings mehr. Achso, warte mal, wir können gleich mal gegen den Kappern auf meinem Rucksack. In DMR würde mir schon reichen, dann hab ich schon wieder 20 Schuss mehr. Mhm. Na, wir gucken mal hier. Vielleicht finden wir auch hier im Dörfchen noch was. Hier liegt eine Leiche. Warte zu. Das wird ja sein, der gestorben ist. Warte zu. Das wird ja sein, der gestorben ist. Ich hab ernst vergessen, dass die Zombies anziehen mit den Killern gerade. Ja. 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 Schon gesehen. Ja. 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 Ja, der ist jetzt immer ein Trinkenhalk jetzt auch. Feilt mir nur noch eine anständige Waffe. Ah so, du kannst gleich mal bei mir gucken, der da innen gefällt. Oh, das war die Zombies hier, ne? Ah ja, nervt mich auch gerade gut. Oh, Has Ended heisst, wurde geschafft? Ja. Ich bin Zombies bei der Sonne, hast du einen zweiten Ausgang? Freut mich, da die sich ein bisschen dapplisch eilen, die können hier drin rennen, die Zombies. Ist ja fies. Warten wir mal auf die nächste Mission. Komm mal bitte, ich hab im Auto stehen sehen. Die Kurve, die gerade... Naja. Digga, ich hab mich verloren, man. Ach da. Ne, ja, das ernst hab ich. Ja, aber jetzt noch weiter... siehst du mich jetzt? Ja, ja. Du bist kein Kunde, Alter. Ne, du hast das mitgekriegt. Ne, so nah wie ich dran war, war das ein bisschen kompliziert. Genitiv. Genital. Tief. Genitaltief. Kennst du nicht das Genital? Das ist vor 2000 Jahren entstanden. Ja. Ja. Der Dativ ist dem Genital sein Tod. Genau. So, war das nicht der Präservativ? Äh, Präservativ. Genau, es war der Präservativ. Ist dem Genital sein Tod, ja. Ja. Natürlich nicht. Immer verhüten. Richtig. Lassen. Ähm, ja. Sonst kommt so viele Orkuliten-Mans raus. Orkulite. Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Da müssen ja Waffen drin sein. Ja, aber keine Muni wahrscheinlich. Ja, doch. Da müsste eigentlich Muni auch sein. Okay. SV98 hast du ein Magazin, die nehm ich nicht. Standard hast du auch noch einen. Hätte ich jeweils nur ein Magazin, mein Freund. Na, guck mal bei der Standard, wieviel. Da sind 30 Schuss dann, glaub ich. Jaja. Ich überleg grad, welche Waffe hier nimmt denn hier Standard? Wenn du auf die Waffe klickst, müsste es da stehen. Okay, alles gut. Du hast jetzt meine Waffe im Rucksack und die im Magazin. Gut. Dann soll ich die Waffe erstmal mitschleppen, oder willst du lieber die einpacken? Äh, kannst du erstmal mitschleppen, ist mir auch wurscht. Weil wir verkaufen die ja eh gemeinsam, wenn dann. Ja. Und so kann ich grade damit nicht anfangen und... Scheiß, holo, wieviel. Na gut, okay. So. Gut. Ich hoffe, die Kamera funktioniert. Ich hoffe, du. Wo wollen wir eigentlich hin, dann? Achso, zur nächsten Mission. Genau. Und wenn noch keine Mission ist, dann kommen wir auch erstmal zum nächsten, äh... Weapon-Trader-Ding irgendwie. Na, oder wir besorgen mal ein bisschen mehr Munition und sowas. Oh, wie gelockt. Ernsthaft? Ja. Wer lockt denn so'n Scheiß, Alter? Ich wollt grad sagen, wer kauft sich denn so ne Dreckskarre? Oh, Gottes Willen. Äh, meine... Ich find's... Ich find's... Ich find's sehr anständig mein. Wir kurven uns zwei Quads. Stellen die mitten im Wald ab, wo sie keine Sau sehen kann. Und die sind kaputt, verschwunden oder sonst noch. Weil die stellen ihren Autos hier überall auf dem Feld ab. Und keine Sau kümmert sich drum. Ja, du kannst ja wohl nichts machen haben sie doch. Wie gesagt, ne? Weil... Kurz kannst du irgendwie zerstören. Naja, alle anderen ja wohl nur, oder? Ja, irgendwie nicht. Ist das... Ist das eine Militär-Base, oder? Ja, wär schön. Naja, ist das schwer. Ja. Ja. Aber ich würd sagen, wir gehen trotzdem noch mal kurz hier die Runde durch. Ja. Guck mal, hier liegt doch schon. Ich hoffe. Ich wünsche da an. Oh, ein Zelt hab ich gefunden, Lika. Oh. Wo kommt's? Ah, warte. Wo ist das Zelt aufnehmen? Dann geht's los. Oh. 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 Oh.